Hallo Freunde der kleinen Spur, liebe Abonnentinnen und Abonnenten, Zuseher meines Kanals, ich begrüße euch aufs Herzlichste. Ja, es hat wieder etwas länger gedauert, aber wie gesagt, es ist der Wahnsinn. Ich kenne mich bald nicht mehr raus von lauter Arbeit. Nicht für andere, ja auch ein bisschen, aber doch hauptsächlich für mich. Ich habe ja gesagt, meinen Schlottplatz habe ich umgesiedelt. Die ist soweit fertig. Ich zeige euch gleich. Ich muss das ein bisschen runter tun, dass ihr mich richtig seht, in voller Schönheit. Dann habe ich ein bisschen an meiner Beleuchtung gefeilt. Also Häuser, Gebäude, waren ja eigentlich immer die Gegner von diesen Sachen, aber mit dem Fein ist das eine feine Sache. Da geht absolut was, muss ich sagen. Und wenn du dann zwei, drei hast, dann möchtest du auf jeden Fall mehr. Weil das soll ja dann auch wirklich was gleichschauen. Ja, das war natürlich. Ja, jetzt warte ich auf die nächste Lieferung. Da haben wir wieder ein paar Schmankerl dabei, Neuheiten. Ich zeige euch das nächste Mal. Was ich noch gekriegt habe, das letzte Mal schon. Das sind diese Straßenlaternen. Du kannst die in der Länge verstellen. Du musst bloß noch ein wenig anmalen. Und dann zusammenstößen, mit dem Timmer versehen. Passt. Ich habe auch schon ein kleiner Ding, wo ich Sinn mache, aber soweit bin ich noch nicht. Das dauert noch ein bisschen. Ja, was ist noch passiert? Eigentlich nichts. Es reicht auch nicht schon. Ja, ich habe wieder ein paar Menschen bemalt und ein bisschen sowas da. Aber hauptsächlich bin ich gefahren. Das ist immer so der Stress-Abbau für mich, wenn mich die ganze Welt ärgert. Dann gehe ich in Kölner, bloß meinen Trafo und drehe meine Musik auf und fahre was das Zeug halt. Das dauert keine halbe Stunde. Da bin ich der ruhigste Mensch auf der Welt. Dann machen wir ein Seidel Bier auf und schon geht es mir gut. Das ist das schöne an unserem Hobby. Dient wunderbar zum Stress-Abbau. Außer irgendwas haut nicht so recht hin, wie man meint. Dann möchte man schon das ein oder andere Teil ins Eck schmeißen. Ja, aber naja, das glaube ich als beiden Hobby. Aber das ist sehr schnell wieder verflogen, weil du hast ja doch mehr Erfolgserlebnisse als andere Sachen. Ja, was noch? An und für sich wisst ihr sonst nicht, was ihr euch langweilen sollt. Anfangs wieder ein paar Bilder und diese Information und dann lassen wir es wieder fahren. Einfach bloß zum Runterkommen, zum Entspannen. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund. Lasst euch auf bayerisch am Ausschlecken. In diesem Sinne, euer analoge Fährzeug. Das hielt ich jetzt fast noch vergessen. Nach dieser Ansprache jetzt geben wir drei Sequenzen mit drei verschiedenen Locken. Das ist speziell für den Detlef. Die hat er mir zum Reparieren hergeschickt. Und ich mache das eigentlich immer, wenn ich ein Reparaturteil da habe, dass ich da ein ganzes Video darüber mache. Und das auch mit rein stelle ich, dass man sieht, das Ding läuft wieder. Dass da keinerlei Beschwerden oder sowas gibt. Also, nicht wundern. Ich sage da nichts dazu. Da laufen die drei Locken einfach bloß einmal. Und man sieht, dass sie sauber laufen. Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß damit, Detlef. Du müsstest die eigentlich schon haben. Rückmeldung habe ich auch keine gekriegt. Aber normalerweise müssten die schon wieder bei dir sein. Alles klar. In diesem Sinne, weiterhin viel Spaß damit. Donة die astronauts expectationen. Dem Clintons über die Musik nicht. Majent Anytime ein给我 kocht. Kom Ostras haben, früh zu wenig. Wie ich dann sieht, wie ich schon aus. Da bin gebein. Ich denke, die l indent Op. Wie lange klappeln. Ich habe dispatch. Haben Sie keine Lüбы. Warum wollte ich? so und dann mal ein blick auf den neugestalteten schlottplatz eigentlich final fast fertig würde ich sagen bis auf ein paar kleinigkeiten schlott fall ja immer ihr wisst es ja aber ich finde ja man kann ihn an und für sich lassen auch schon mit beleuchtung da zeige ich noch etwas dazu dann haben wir unsere schrottpresse wir haben einen kran mit magneten gebaut der magnet ist ein knopfzellen also ja und dann haben natürlich dunkle machenschaften am weg schaut euch was die treiben die burschen die schlott platz machen wenn jetzt spurt wird entsorgt und verwürfelt genau so schaut es aus jetzt wirst du schauen dass ich da den kopf aufgeschnitten habe jawohl noch mal etwas da fällt jetzt noch ein kleines moschentrot zu schauen und dann ist das aber relativ ja möchte ich sagen kann man gelten lassen fürs erste so zur beleuchtung das ist ein sogenannter thema und wenn ich das so her setze kann man wenn ich das am rücker finde dass ich da drauf geben schauen sie haben meine angst auch nicht mehr die besten kann ich das licht also auch nach unten dämmen ein wenig schummrieche oder ein wenig höller das kann jeder dann machen wie er möchte da ist tatsächlich nur eine einzelne alidee drinnen also so ein platt mit einer alidee habe ich euch schon gezeigt letztes mal meine treuer wäre für diese hütte wahrscheinlich zu viel aber naja ich bin jetzt im beleuchtungswahn ich habe es gesehen ich habe immer gesagt ich mag das nicht aber schau her stellwerk und ja ich werde es vielleicht auch noch abdämmen man kann jetzt leider nicht so einschauen aber da ist ja auch eine inneneinrichtung drin was ich gebaut habe mit personal dann habe ich den da hinten habe ich beleuchtet der kommt noch dann das wird dann habe ich meinen bahnhof beleuchtet dann habe ich meinen bahnhof beleuchtet die post dann kommt nun mein brückenstellwerk griffelt habe ich leider ich habe das gebrauch gekauft aber da brauche ich ein neues habe ich schon gekauft ich sage schon da bin auch über zusammenbau bloß mir fehlen nicht so die lichtleisten weil es soll ja auch sauber wie leicht werden und dann wird das ja soviel zu dem was ich gemacht habe dann würde ich sagen lasse ich wieder ein bisschen was fahren wir haben jetzt in weiden endlich wieder einmal ein motorbank geschäft und dann haben wir natürlich gleich den et88 mit beiwagen für einen sauberten preis ergattert naja also mit den menschen kann man reden feine sachen hat der und das ist zeit geworden dass wir in weiden auch wieder ein geschäft haben es ist ganz was anderes wenn du irgendwo hingehst und dann kannst du es anlangen du kannst es genau anschauen das ist ein unterschied wie Tag und Nacht zum internet das ist einfach Leber zahle ich ein paar Cent mehr aber da ist es wahrscheinlich so da habe ich mich nicht zahlt ja wie gesagt Beleuchtung fehlt noch einiges aber das kommt die nächste Zeit ich bin ja trotz alledem voll im Stress was die Bahn angeht ich kann euch das auch nicht immer alles so zeigen wie ich mir das vorstelle oder was ich mache und jetzt kommen da noch die Waggonbeleuchtungen und wenn die da sind dann zeige ich euch auch wie das läuft soll ja spitze sein kann ich nicht sagen ich habe es noch nicht probiert ich habe noch keinen Druck gehabt aber ich halte euch auf den Laufenden haue euch oben wieder ein Link rein ne entfein einfach fein der entfein gut genug der Wirbung ja ich finde ja auch doch ja da die Strasse muss ich noch machen ne und ich habe ja eigentlich dadurch das sieht man jetzt auch durch dieses Tunnel habe ich ja da eigentlich auch ein Licht drin gehabt aber irgendwie fahrt ich das nicht mehr hin und da bin ich jetzt schon überlegen ob ich mir da doch nicht irgendwie noch was reingezimmer wird schwierig weil das Ding ist ganz schön lang das geht ja komplett uuua lasst mich aufstehen geht ja komplett da durch ne ich muss sagen das ist ja die ist da gerieben und da muss ich mal schauen ob ich von unten auch hin komme dass ich vielleicht die Stücke noch weg mache wird nicht ganz einfach aber egal ich halte euch auf jeden Fall diesbezüglich auf dem Laufenden und jetzt würde ich sagen durch Babelt ich muss mal ein bisschen was laufen ich muss mal ein bisschen was laufen das möchte ich euch auch noch zeigen ich habe ja vor genauer Zeit vom Henning habe ich eine ganze Kisten volle Ersatzteile gekriegt und da waren auch Teile von der 194 dabei allerdings hat er Schnauzen gefällt der Motor war weg die typetechnisch war es eigentlich komplett da sieht man da ist die Farbe weg also ich will sie auf jeden Fall noch lackieren hab dann von Enfine einen Motor gekriegt hier Arnold und hab den neu gebaut einen Glockenhaken selbstverständlich und schaut es euch an wie es läuft ja genau ich muss an den Weichen irgendwas machen da ist ein ganz Puppel da hängt er mir warum weiß der Teufel da bleibt da nicht bloß sie stehen da bleiben andere auch stehen ich muss da mal irgendwas machen entweder tue ich das ganze Zeug mal verlöten aber naja sehen tut mir nichts ich habe schon geschaut warum auch immer er mag nicht also werde ich da irgendwas machen müssen mal schauen mir wird etwas einfallen gut aber jetzt zu 194 ich werde es noch mal lackieren lassen aber schaut euch das an mit Glockenanker so sauber oder oder nicht kein Vergleich zum alten Modell ich habe schon mal eine gehabt ich weiß das war ein rechter Rumpel aber da ist das wirklich feine Sache ja mal Geschwindigkeit auch bergab wird es nicht mehr geschnuller und zieht auch recht sauber weg würde ich sagen also hätte ich nicht geglaubt für eine Haftreifenlose Lok war recht gut aber ich war nicht einmal nur Zusatzgewicht drin da unten da haben sie immer geschaut wie der Teufel sind sie auch schnell geworden aber wahrscheinlich nichts freut mich freut mich wieder ohne mehr schon weiter geht muss ich doch noch bauen da ist jetzt auch noch einmal so drüben wo ich sage da hängt es immer ein wenig so ach nein ach schau hier gut wenn wir dann zum Regulierendienst übergehen dann heute einmal goschen dass ihr was mehr seht als was ihr hört dann geht es und möchte sagen für einen Analogbetrieb ist das eine recht feine Sache also ja ja und weiter geht es so Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Sollte Vielen Dank. 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 Vielen Dank.